Mushinga Kambunji auf Bahn 4. Sie die grosse Favoritin, wie gut kommt sie aus den Blöcken raus. Geraldine Frey. Auf der Bahn 5 gleich neben ihr. Guter Start von Kambunji, guter Start von Dietsche, wie immer. Und es ist Kambunji, die gewinnt. Und es ist Puente. Und 7.04. Eine hundertstel Sekunde über dem Schweizer Rekord. Vielleicht wird diese Zeit noch korrigiert. Michel Herren steht bereit für das Interview 7.05. Es wird nach oben korrigiert. Dann macht sie es halt in Belgrad. Das ist ein Wort. Geraldine Frey. Und 7.15 für Geraldine Frey. Wieder eine Steigerung. 7.29. Und Michel Herren. 7.29 für Ricarda Dietsche. Und Michel Herren versucht jetzt Mushinga abzufangen. Solange Mushinga da noch nicht bereit ist, bleiben wir noch auf den Emotionen drauf. Puente mit persönlicher Bestleistung 31. Cora mit 32. 6.19. Und wer nicht bei dir ist,istenz die Stadt Moche, wie immer. Intro Demonstrunde Sự. Und wenige. Ich muss keine тысяч Uhr nehmen mit einem in Am потому,iones. Vielen Dank.